Ja hallo, der Dirk hier von Camp Nation. Wir sind heute hier im Showroom in Dänemark bei Outwell und zeigen euch die Zelte 2020. Hier stehe ich gerade im Nevada 5P, ein altbewährtes Zelt in der Outwell Kollektion, dieses Jahr aber mit ein paar neuen Features. In der Premium Serie hat es ein 6000er Polyester mit 150 Denier. Ganz besonders an diesem Zelt, dieses Jahr neu ist, dass es eben noch zusätzliche große Strombänder hat, um das Zelt nochmal gut zu befestigen am Boden. Somit erreicht es eben Windstärken bis 10, die es aushält. Wie ihr seht, hat das Zelt eine sehr große Tür, die zusätzlich noch ein Moskitonetz hat und zudem eben auch, wie eh und je beim Nevada 5P, eben den überdachten Seiteneingang auch nochmal zusätzlich mit einem Moskitonetz. Ein ganz neues Feature dieses Jahr ist das Hook-Track-System. Hier haben wir jeweils dort, wo die Stange läuft, im Innenbereich des Zeltes, eine Kederlaufen, wo ich diese Hooks befestigen kann, und mir individuell an den Stellen, wo ich es für richtig halte oder wo ich es haben möchte, eine Lampe aufzuhängen, eine Jacke aufzuhängen oder eben in einer Querverbindung, was auch möglich ist, das Ganze als Handtuchhalter zu verwenden. Jeder Hook ist mit 5 Kilo belastbar. Wie bei allen anderen Zelten auch, hat dieses Zelt dieses Jahr 2020 eine extrem dunkle Schlafkabine bekommen. Die normalen Dinge, wie die Organiser im hinteren Bereich sind geblieben und auch die Organiser im vorderen Bereich. Ein ganz neues Feature ist das Quick-and-Quiet-System im Eingangsbereich. Hier ist zusätzlich zum Reißverschluss, mit dem ich normalerweise die Schlafzimmertür, die Schlafkabine schließe, eben ein Magnet eingebaut. Das heißt, ich kann sehr leise in das Zelt eintreten und wieder rauskommen, sodass ich nicht Leute, die vielleicht schon im Zelt am Schlafen sind, wachmache. Zusätzlich gibt es bei diesem Zelt auch den Teppichboden, die Unterlage und den Universalanbau, falls einem die Größe des Zeltes bei längeren Urlauben nicht zusagt. Im Online-Shop erhältlich oder eben auch bei uns im Showroom. Wenn ihr Fragen dazu habt, ruft uns gerne an oder besucht uns im Showroom oder bei uns auf der Roadshow. Bis dann, tschüss!